So, und damit herzlich willkommen zurück zum vierten Block des ersten Supreme Commander Let's Plays auf YouTube. Die Situation gerät schnell außer Kontrolle. Minerva aufzugeben hat wertvolle Ressourcen gekostet. Jetzt haben wir uns mit einer neuen Situation auseinanderzusetzen. Das ist Prokion, ein abgelegener Planet mit einer kleinen Bevölkerung. Die Eons sind dort gelandet und haben mit militärischen Operationen begonnen. Wir können nicht zulassen, dass sie den Planeten erobern. Prokion beheimatet meinen wichtigsten Großrechnern. Wenn die Aeon diese Einrichtungen zerstören, kann ich das Quantum-Virus nicht fertigstellen. Das Quantum-Virus ist konstruiert, das Gate-Netzwerk zu überlassen, was die Explosion der Gates zur Folge hat. Wenn die Gates zerstört sind, entstehen Quantum-Strömungen, die Quantum-Reisen über Jahre unmöglich machen. Wir werden isoliert und geschützt sein. Die Symbions werden frei sein und die Eons können uns nicht mehr jagen. Ich bin in diesem Plan integriert. Wenn ich nicht auf das Quantum-Gate-Netzwerk zugreifen kann, kann das Virus nicht den gewünschten Sättigungspunkt erreichen. Commander, Sie werden nach Prokion reisen und die Eons Streitkräfte niederschlagen. Lassen Sie nicht zu, dass Sie QA als Großrechner oder sekundäre Rechenknoten beschädigen. Ja, gut, das war die Instruktion für diese Mission und wir sehen uns gleich wieder nach dem Ladescreen. Damit ihr jetzt nicht denkt, ich spiele versehentlich auf leicht. So, nur so als Anmerkung. So, da sind wir wieder und es geht gleich los. Wir haben bereits eine Zivitis-Basis-Strich-Dreiber. Wow. Oh, dann ist er ein bisschen. Gut, Sie zu sehen, Commander. Wir haben getan, was wir konnten. Es sieht so aus, als würden die E.ON die UEF einige Klicks westlich fertig machen. Es sieht so aus, als würden die E.ON eine Art fliegende Untertasse bauen. Wir wissen nicht, so was sie in der Lage ist, aber es scheint sicher, dass sie Black Sun angreifen wird. Zerstören Sie sie, bevor sie abheben kann. Sie darf Black Sun nicht erreichen. Props Ende. Ja, hier haben wir anscheinend experimentelle Kanonenboote, die in Zurückwürfen stehen. Bauen wir gleich mal zwei Stück. Rundlich gut. Los, bau zwei Stück. Verdammt, ich kann keine weiteren Schwierigkeiten gebrauchen. Ja, auf einmal machten wir einen ganz schönen Sprung in der Technologie. Wir haben auf einmal die experimentelle Kanonenboote zur Verfügung. Hat mir vielleicht auch schon vorher, habe ich nämlich entdeckt. Durch mich hier bei Ihnen films. Da war jetzt in der Kommentare als ichivieralam machen möchte, mit einem dieses Spiel hinten ank 하면서 ergeschneiden würde und mit einem Buch der Schneck zurücklegen, mit einem Betrieb vor boxes für sp vraagbar ich würde es um B Können zu bringen, also in der Klage. Das ist Bombenbes playetviel und oder Sorge und dann wer Technologie einfach Ja, ich weiß, dass es die Unschädigte hat. Commander, wir haben das Kommunikationssystem der UEF angezapft. Black Sun ist noch nicht fertiggestellt, aber kurz davor. Ich halte Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden. Ähm, habe ich jetzt ein bisschen Mühe gestartet? Ja, habe ich. Und ich? Moment. Das ist die richtige Mission. Also, naja. Ich habe völlig falsche Mission gestartet. Die letzte Mission. Einer der rechten Knoten liegt unmisslich von Ihnen. Der E.ON-Commander hat direkt davor eine Basis errichtet. Eliminieren Sie sie und erobern Sie den Knoten zurück. Aus Ende. Ja, zum Glück wollen Sie sie anscheinend gar nicht zerstören, sondern behalten. Kann ich ja verstehen. Ich meine, ich würde auch gerne mal so einen Großrechner haben, um dann ein bisschen zu zocken. Ja, wir haben Technik-Zweikreuzer. Das ist ja wohl die beste Einheit der Cybran überhaupt und dieser Technik-Stufe. Was die kann? Die kann an Land gehen. Das sieht man hier eindeutig. Grün und Blau. Das heißt, sie kann Land und Wasser begehen. Und Schiffe haben generell eine sehr hohe Reichweite. Und diese am Land einzusetzen, das ist heftig. Das brauchen wir. Damit drehen wir Ihnen den Arsch. Die Basis können wir auch wieder neu aufbauen. Können wir einfach dazu gewollt und übersetzen, dann sind die doppelt so schnell fertig. Aber auch nur die Hälfte der Masse und Energie. Das ist sehr vorteilhaft. Das müssen wir auch mit unserer SGU machen, weil wenn wir ja... Ah nee, wir können ja hier mit auch Tick jetzt. Verhältst du wieder. Jetzt brauche ich die falsche... Es beginne ich die falsche Mission und dann... Egal. Wir werden jetzt mal weiter. Energie haben wir genug. Wasser haben wir nicht. Dann baust du mir mal bitte ein bisschen Speicher. Du auch. Komm schon. Wir werden die Galaxie säubern. Ich hoffe, dass mit dem Sound ist jetzt alles okay. Ich versuche auch lauter zu sprechen. Damit ihr mich gut hören könnt. Und ich hoffe, den Ingame-Sound hört man auch anständig. Moment. Und SU stoppe! Stoppe diesen Irrsinn! Jetzt kommt diese Kampfmusik, weil eben jetzt unsere Vollangehörungen... Wir können ja gleich Wasser extraktoren, das Studio 2 war, und das ist ja viel besser! Was ist das gewesen? Naja, und wir können diese hier auch einfach aufrüsten. Ich glaube, das ist kostenmäßig gleich, bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Dass wir sie gleich auf Stufe 2 bauen können. Und warum baust du... Die Stufe 2 dauert natürlich länger zu bauen, und... ja, was zu sprechen. Die Stufe 2 dauert natürlich länger zu bauen, ist ganz klar. Aber... Wir fördern aber dementsprechend auch mehr. Man sieht, dauert es Ewigkeiten. Wir bringen mal die Baugeschwindigkeit unserer ICU dazu, weil die baut wirklich sehr schnell. Nein. Nein. Nein, diese gehen auch nicht gerade wirklich schnell. Ich kann mal fünf mehr da fahren. Ich werde so diese Baugeschwindigkeit brauchen. Na, da, da. Ich beschleunige das ganze mal. Nichts so vor, oder? Ja. Mit der Beschleunigung und der ICU geht das das ganze noch schnell voran. sobald wir die Knoten gehackt haben, werden ihre Pläne in Zahn. Ähm, nö, das wollen die jeweiligen Nutzern. Wissen, was da drin ist. So ist das. Naja, da wir hier Geheimdiskrämer sind und alles zu verbergen haben. Wir wollen es schließlich auch selbst verbergen. Wreckenspeicher. Naja, ich kann jetzt nur hoffen... Moment. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die TI keinen überraschenden Eingriff aufgestarten würde. Das wäre nämlich fatal. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass sie das Licht hat. Und das geht auch auf normale Geschwindigkeit ganz schnell. Hier sind bald unsere ersten Kreuzer fertig. Ich fange mich auch, warum all meine Gebäude geschädigt sind. Ich glaube, wir sehen jetzt immer nicht mehr zu vorne. Und hier zwei bauen. Bitte. Wisserspeicher. Und danach direkt Tech 2 verteidigen. Genau. Das ist zwar für Bomben ein leichtes Ziel, aber ebenso gut einer nicht so leicht. Und Bomben werden ja auch angeschossen. T facebook im auch spanisch. und 誰 Kind sah er hat Die standen Daten an die Trompedes, das halt nicht raus. Ja, es gibt auch noch einen Trompedowwerfer, der kann sich bewegen. Ne, eine Sensorplattform, die kann sich bewegen und Trompedoschießen, glaube ich. Oder was, ein Trompedowwerfer der Sensorplattform? Weiß ich gar nicht. Alle Extraktoren sind auf Stichstufe 2, das ist gut. Dann fehlen ja nur noch die Erweitung. Oh, und ich rede wieder zu leise, das will ich ja nicht. Ich musste mich dran erinnern, ruft dann ganz laut. Lauter! Vielleicht hör ich's. Vielleicht hat er die Prinzessin recht mit diesem Planeten. Was die Prinzessin so gedacht hätte bei diesem Planeten. Und um alle Fragen vorweg zu gehen, nein, es wird zu keiner romantischen Beziehung zwischen der Prinzessin und uns kommen. Das wäre ja absurd. Ich meine, wir sind in ihr auch eine Monstrosität. Und das war es ja möglich. Dann kann ich noch mal ein anderes Leben mehr zurückhalten. Und ich kann auch schwimmen und das Land bargeldigen. Und ich bin in der Augenblick. Und ich kann schon ein anderes Leben mehr zurückhalten. Das ist es nicht nur für mich, dass ich nichts verletzt habe. Und ich bin in diesem Planeten doch gleich mit dem Einsatz kommt. Puppuppa, bevor ich es vergesse, da ist ein Lufttransporter. Wir wollen jetzt nämlich dich hier da drüben auch noch sichern.